Nach der Wahl werden sie alle wieder da sitzen und vergessen haben, was sie uns vorher versprochen haben. Beim Klimaschutz, bei der Mobilität, bei der Bildung, bei der Kinderbetreuung oder bei der Wirtschaft. Wenn du willst, dass es in Oberösterreich eine Kraft gibt, die deine Regierer nicht auf die Finger schaut, dann wähl uns NEOS in den Landtag. Am 26.09. kannst du deiner Stimme einen Sinn geben und NEOS wählen.